Du bist gestorben. Punktestand 228. Du blöder Dummkopf. 151,46. 5 Minuten Zeit, um das Ganze hier zu machen. 151,46. Das ist irgendwo da hinten. Es ist natürlich jetzt auch gleich mal Nacht. Das heißt erstmal schlafen, wieder aufwachen und dann das Ganze von Neuem. Na, 151,46. Getreu dem Wahlspruch. So oft wir auch auf die Fresse bekommen. Wir machen weiter. Okay, also. Das brauchen wir. Dann brauchen wir Sticks. Okay, dann brauchen wir Kohle. Irgendwann werden wir uns mal die Ressourcen ausgehen. La, 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 la. Ich kotze mich gleich voll. Eier. Eier sind ganz wichtig. Genau. Eier brauchen wir unbedingt. Ja. Dann versuchen wir es halt nochmal, oder? Damit wir wieder klar kommen. Also 151. Also das mit den Hähnchen, oder? So. 151,46. Da müssen wir hin und da müssen wir dann runter. Und ich grabe mich da jetzt einfach so runter. Und wenn es eine ganze Folge lang dauert. Wo geht es hin zu 46? So nicht. So lang. 151,46. Manchmal muss man sich das einfach merken. Meine Güte, echt. Allmächtig habe ich die Schnauze voll von dem ganzen Sterben. Das sage ich euch. So. 151,46. Da wären wir doch auch gleich. Der Plan ist runter gehen. Und möglichst nicht zu sterben. Oh nein. Stopp. 151,46. Quasi der? Nein. Der? Ja. Dann einfach runter. Wie schlimm kann es schon noch werden. Moment. Wir brauchen Sticks. Wir können jetzt nicht Sticks. Fackeln. Fackeln brauchen wir. Oh Mann. Ich bin schon so verwirrt hier mit diesem Spiel. Und das kotzt mich schon so an. Ich bin gespannt, wenn wir runterfallen. Ach, das wäre so schön. Also runter, dann sind da 8 Millionen Zombies, die wir dann nicht besiegen, sondern wir sammeln den ganzen Kram auf und versuchen wegzulaufen. Einfach nur weg. Ist es hier schon? Ist es hier schon? Ist es hier schon? Nein. Wir müssen leise sein. Ich möchte ja niemanden wecken oder anlocken. Das wird mir jetzt gerade noch fehlen. Okay. Leise. Ganz leise. Kann man so runtergehen? Okay. So könnte es funktionieren. Hier könnte man raufkommen. Wir haben 5 dort und wie viel Bruchstein? Die müssen wir hier gleich hinlegen, damit wenn wir dann runterkommen, wo geht es runter? Wo kommen wir? Hier. Das wir uns dann sofort hochbauen können. Okay. Hochbauen und nichts wie weg. Kommen Sie sich so hochbauen mit der Fockel? Natürlich nicht. Perfekt. Okay, also müssen wir zum Schluss ein bisschen aufpassen mit den Fockeln. 34, 33. Das kann nicht mehr lange dauern. Und dann fallen wir hier. Runter. Okay, die Spannung steigt. Okay. Okay. Wo ist unser Zeug? Hier ist noch so ein Dreckscreeper. 151,46. Unser Zeug ist aber nicht da. Wo ist das? Wo ist das Zeug? Wo liegt es? Hier ist es nicht. Was willst du jetzt hier? Blüder Kerl, komm mal hier da. Kann ich mich hier nochmal eins unterbauen? Dann kommt er wahrscheinlich rauf, oder? Okay. Ich sehe es aber nicht. Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es Gold ist. Und alles Mögliche hier. War es zu früh? War es zu schnell? Was ist das? Okay. Okay. Den haben wir auch weg. Da ist das Zeug. Ich habe es gefunden. Nein. Das war es nicht. Okay. Es hilft nichts. Wir müssen das trotzdem weiter. Okay. Komm her. Es wäre simpel gewesen, wir hätten was zuerst mitgenommen. Und ich glaube, wir müssen die nochmal runter. Okay. Dann bauen wir gleich wieder eine Schutzmauer auf. Aber wo ist das Zeug? 151,46. Das haben wir doch gesagt. Verdammt, das ist jetzt alles weg. Das wäre natürlich super scheiße. Es geht doch da nicht noch weiter runter, oder? Wo bin ich denn runtergefallen? Von hier. 18. Gibt es da noch eins? Und das kann gar nicht sein. Nee. 151,46. Da sind wir doch. Hier ist dann... The Bedrock. Wo könnte das Zeug sein? Läufst du vielleicht hier mit meinem Zeug rum? Du Penner. Okay. Habe ich was bekommen? Ja. Ein Schild. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Haben die meine Sachen geklaut? Nee. Kann nicht sein. Oder? Aber diese scheiße Endermann regt mich ab. Wo machst du das hier? Okay. Hier sind auf jeden Fall eine Fackel. Hier sind mehrere Fackeln. Ich war hier in jedem Fall. Wo sind die Sachen? Da waren noch so viele Zombies und allem drum und dran. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Wo das Ganze zu euch liegt. Ich habe keine Ahnung. Das ist super ärgerlich. Ja. Hervorragend. Wenn jetzt wieder alles weg wäre. Das wäre die totale Scheiße. Na ja, Ressourcen hätten wir hier schon genug. Na ja. Dann. Was macht man zu einem Fall? Aufmunizieren. Krone richten. Und neu anfangen. Das können wir ja mittlerweile, oder? Aber egal. Na gut. Dann. Weg mit dem. Ich muss mir vielleicht die alte Aufnahme nochmal anschauen. Vielleicht konnte ich es mir jetzt einfach nicht merken. Aber ich war der Meinung, 151, 146 wäre das Richtige. Das heißt aber auch, wir sind ziemlich unter uns. Ziemlich unter uns. Und dementsprechend könnten wir das Ganze auch da wieder finden. Aber es ist alles nublar. Alles nublar. In dem Fall schützen wir uns hier mal vor den ganzen Teufeln. Da unten wäre noch ein bisschen Eisen. Das könnte man dann auch gleich mitnehmen. Und dann werde ich mich auch gerade nach oben bauen. Weil es absolut keinen Sinn macht, hier wieder einen Weg rauszusuchen. Vor allem, weil wir schon so viel abgegrast haben. Und dann nehmen wir einfach gleich diesen Weg hier runter. So, wer kommt hier da runter? Nicht so weit. Okay. Dann bin ich quasi hier. Große Fresse. Hier safe, hätte ich fast gesagt. So, wir haben noch zwei Herzen. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Dazu brauchen wir überall Äußer. Okay, das ist jetzt relativ einfach zu merken. Und weil wir uns auf diesem Dirtblock einfach nach oben bauen müssen. Und das werden wir auch tun. Und genauso gehen wir auch wieder zurück. So, Licht aus. Und dann nach oben. Und genauso baue ich mich dann nachher auch wieder nach unten. Wir haben jetzt wie viel Eisen jetzt? Zwölf. Das reicht uns für ein Schwert. Das nehmen wir doch auch noch kurz mit. Dann haben wir ein bisschen mehr. Ja, ich weiß, wir haben Hunger ohne Ende. Aber ich nehme dieses Eisen jetzt mit. Um dann nachher auch noch etwas besser gerüstet zu sein. Und dementsprechend werden wir zurückkehren. Und werden schauen, was ist hier oben. Will ich das wissen? Ein möglicher Aufstieg. Ein möglicher Aufstieg. Okay, das nehmen wir mit. Das und das. Kohle kann man in der heutigen Zeit immer brauchen. Uh, da geht es wieder runter. Und da geht es auch weiter. Scheiße. Nein, nein, wir gehen zurück. Wir holen uns Essen. Wir munitionieren neu auf. Das war der Plan. Und das wird gemacht. Weil ich mich eh schon nicht mehr auskenne. Okay. Danke. Und das hat sich.